Hey Skatfreunde, willkommen im Jahr 2023. Jawohl, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und natürlich immer gut Blatt, das wünsche ich euch. Und für mich persönlich heißt es jetzt ein bisschen Gas geben. Ich habe auch Blut geleckt, muss ich sagen, denn in einer Woche ist ja schon das große Rocket Finale 2022. Da spiele ich selber mit und bis dahin möchte ich hier noch ein bisschen an meiner Kommentatorenfähigkeit feilen. Und wir schauen uns jetzt die zweite Serie des letzten Finals von Martin an. Ab geht die Post, los geht's. In der ersten Serie hat Martin einen sehr guten Start in das Turnier erwischt. Deutlich über 900 Punkte aus 24 Spielen. Damit wird er jetzt natürlich an einem etwas stärkeren Tisch sichersetzen. Es wird gesetzt sein, also so eine oder andere von den Flocken, die er in der ersten Serie leicht gewonnen hat, die dürfte hier ein bisschen schwieriger sein. Das wird er natürlich auch wissen. So, und nun gucken wir uns das an. Er hat erstmal einen schönen Ansatz, kriegt ihn auch bei Passe, Passe hat Rotz gefunden, muss man sagen. Mit 13 Augen unten ist das immer natürlich noch ein starkes Spiel. Trumpfass, 10 Karoass und die 13 Augen, also vier Volle wird er schon machen. Dennoch, wenn Herz unruhend sitzt, kann das Thema schon in den Bach runtergehen. Und dass der Herz direkt rauskommt, ist an sich erstmal kein gutes Zeichen. Gegner haben 13 Augen. Gut, Karo König geht mit. Oh, da hat er aber Glück. Da hat er aber Glück, dass da der Pik Bube drauf geht. Kreuz Bube muss vermutlich drauf. Und das ist dann von Spieler 3 an der Stelle sicher auch nicht so gut gezockt. Denn im ersten Stich wurde schon Pik 8, 9 mit Karo Hube mitgenommen. Also, dass Aß, 10 König, Dame bei Martin sitzt, das muss Spieler 3 eigentlich wissen. Und ja, wenn er jetzt, wenn der Kreuz Bube beim Alleinspieler sitzt aus Sicht von Spieler 3, dann hat er hier vielleicht einen Vier-Augen-Stich mitgenommen. Spieler 1 müsste dann noch die Trumpflusche bedienen. Denn beim Siebentrümpfer wäre der Unterzug jetzt sicher nicht erfolgt. Also, das war jetzt ein Zug, den, ja, ausgesprochen fragwürdig. Herz sitzt zu dritt. Erster Voller geht rein. Ja, Spiel ist gewonnen. Martin entspannt sich. Der nächste Volle ist wohl nicht mehr da. Ja, wenn Spieler 3 jetzt eben noch diesen Karo Bauernstich in der Hand hätte, dann wäre es tatsächlich schon passiert. Ein Voller fehlt noch. Der wäre da reingegangen und schon wäre das Spiel Geschichte gewesen. Also, ein Rieseneinsatz nach schlechter Findung. Und Herz 3, 1 stand die Karte schon auf Tod. Also, da ist Martin erneut glücklich schon wieder entfleucht dem Unheil. Jetzt nimmt er bei 18, mehr hätte er wahrscheinlich auch nicht gesagt, passend das Herz Ass auf. Hat auch wieder ein sehr schönes Spiel. Ja, den wirst du sehr häufig gewinnen. Also, der hat eine sehr gute Chance. Trumpf Damen oder einen Bauern überlegt er jetzt sicher. Ich glaube, beides vertretbar. Ich denke, ja, ich glaube wahrscheinlich gegen Trumpf 4, 2. Er wird wohl einen Bauern nehmen. Macht er auch. Und wenn er jetzt dran bleibt, dann kann er immer noch einmal von unten ziehen. Ja, nur gegen 5 wäre das jetzt interessant geworden. Jetzt ist der Drops an sich schon wieder gelutscht. Gegner haben erst 14 Augen. So, jetzt gibt es noch eine Abgabe in Fehl. Kann er hier Karolusche auf 11 Augen abwerfen. 25. Jetzt gibt es noch zwei Trumpfstiche. Klar, theoretisch kann jetzt noch irgendwo ein Abstich drohen. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wenn jetzt Trumpf zu viert steht. Mit Schmierung kommen die Gegner erst auf 40 Augen. Danach kommen sie eben nicht an das Trumpfvolle ran von Martin. Und die Herz 10 kann ja gerne gestochen werden. Es muss noch Herz bedient werden. Und deswegen passiert da gar nichts. Also im schlimmsten Fall Herzkönig mit Schmierung und einem Trumpfstich. Oder guck mal, der mit den letzten Trumpfen muss selbst noch zwei Herz bedienen. Dann gibt es eben diesen 16 Augenstich hinten raus. Das konnte nicht mehr reichen. Also guter Start hier für Martin. Und ja, ich sage mal, hier ist zu dürr das Ding. Ich denke, er ist jetzt in dieser Serie wieder gut angekommen. Wird sich sicher auch denken, dass er hier vielleicht auf solche Flocken dann auch keine 18 mehr sagt. Was er vielleicht in der ersten Serie nochmal eher in Betracht gezogen hätte. Doch ja, die anderen werden hier eben auch jetzt ein bisschen tighter reizen. Erfahrungsgemäß, wer so gut ins Turnier gestartet ist mit deutlich über 900 Punkten. Und quasi so ein bisschen über den 100 Punkten pro Päckchen schon so einen kleinen Vorsprung sich rausgearbeitet hat. Der wird üblicherweise jetzt hier nicht alles auf eine Karte setzen. So, Herz Bube ist natürlich ein Stück weit frustrierend. Dann ist er mindestens ein Sechstrümpfer. Wahrscheinlich ist sogar der letzte Karo dann noch beim Alleinspieler. Wenn nicht, dann hat er vielleicht noch eine unbekannte. Das könnte noch ein Herz sein. Also an sich muss er jetzt, glaube ich, Herz-Ast ziehen. Obwohl das natürlich auch, selbst wenn da 21 Herz fallen, wird es nicht reichen. Danach gibt es eben noch den, bestenfalls den einen Bauernstich. Natürlich Kreuzbube oder selbst wenn es Pikbube gewesen wäre, wäre sicher auch der Unterzug gekommen. Da ist auch der letzte Karo, also das üblich starke Spiel. Sechstrümpfer Drilling und ein Blanker in Kreuz. Ja, das Ding ist in Vorhand. Das musst du nehmen. Also du musst es zumindest reizen. Also ich bin gespannt, wenn es über 24 hinausgeht, wie weit Martin das Ding treibt. Weil irgendwann ist natürlich die Gefahr auch, dass du dich mit einem Pikbuben oder so überkaufst. Also wenn du es jetzt bei 27 erst oder 30, sagen wir mal 30 oder 33 erst bekommst, dann wäre es schon interessant, ob er dann den Kreuz handlos macht oder nochmal reinschaut. Und ob er eben überhaupt so weit geht. Denn 5 Trümpfer ohne 5 ist natürlich immer ein bisschen gefährlich. Klar, Vorhand und 2 Seitenasse, aber es gibt auch die Gegenreizung. 4 starke Trümpfe dagegen und Karo irgendwie bestellt. Oh, ist das ein Traum. Ein Traum hat er da gefunden. Bauer und Ass. Ich glaube, bei der Reizung drücke ich sogar die 7 Augen. Also gut Karo Dame, wenn die Karo 10 blank ist. Oder falls eine Karo Dusche aufkommt. Aber dann schnippeln will er an sich sowieso nicht. Und bei der blanken 10, dass da jemand sich in 7, 9 festklammert im Schneidersinne, an sich auch unwahrscheinlich. Gut, es stehen 4 Trumpf dagegen mit 3 Bauern. Das ist jetzt nicht die Riesenüberraschung aufgrund der Reizung. Denn jetzt, wo Ass und Bauer noch drin lag, was soll da eigentlich noch über sein, woraufhin Hinterhand gereizt hat. Das ist jetzt aber hier auch kein Problem nach der starken Findung. Ja gut, abtragen halte ich jetzt in dem Moment für ein bisschen gefährlich. Da hätte sogar jetzt, naja, ist gar nichts los. Peak 10 auch noch beim Trumpfspieler. Und der wird ihn gleich auch einspielen müssen, weil er jetzt kein Herz mehr hat. Aber potenziell drohte ja jetzt irgendwie, dass mal in Karo noch irgendwie 21 oder was gestochen worden wären. Gut, nach, da wird Spieler 3 dann auch nicht drauf kommen, nach Herz dann die, und dem Karo da im Abwurf, da direkt die 10 auf den Tisch zu ballern, selbst wenn er sie zu dritt gehabt haben sollte. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich war das ein bisschen kleinkariert von mir. Wahrscheinlich drohte da auch gar nicht so viel. Ich glaube, ich hätte instinktiv das Ding lieber erst noch mal gestochen und mit Trumpf fortgesetzt. Ja, 77 Augen, ob er dann die drei Augen noch mehr drückt, ob er da dann abträgt oder sticht, das machte alles nach der Findung, machte das alles nichts mehr. So, ist ja wieder ähnlich wie die erste Serie. Erst mal gut gestartet, dann bist du schon angekommen. Dann kannst du auch ein bisschen nach der Anspannung wieder die Entspannung. Gegner spielt Kranghant. Oh, alle piken dagegen. Karo hast du schon mal bei uns. Drei Bauern hat er, aber diese drei piken gegen den Vierer-Pik, das könnte der Auftakt sein zu einer heißen Geschichte. So, Martin geht auch gleich All-In, Herz 10, Kreuzkönig sicher auch vertretbar oder auch Herzkönig, aber er sucht gleich den 21er noch auf einer blanken Dusche. Oh, und offensichtlich liegt auch noch ein Kreuz voller drin. Mindestens die 10, vielleicht sogar das Ass. 35 Augen liegen, ein Pikstich noch im Blatt. Gut, der Alleinspieler, je nachdem, ob es jetzt das Kreuz Ass ist, aber der wird den Kranghant ja nicht spielen noch mit einer bestellten 10. Das wäre doch eher ungewöhnlich, der wird wohl eher Kreuz Ass haben. Und dann kann es natürlich sein, dass Martin ihn da mit dem Kreuzkönig blufft und tatsächlich die Kreuz 10 noch draußen ist. Er spielt es so, also jetzt Kreuz 10 drauf, dass wir 17 Augen mehr und ein Pikstich wäre dann immer noch drin. So ein Pik ist offenbar im Skat. Das ist nicht die Dame. Also, ja, die 17 Augen mehr. Andererseits, wenn Martin die mit der 10 genommen hätte, hätte er selber erst mal antreten müssen. Ja, ich glaube, er kann dann aber immer noch das Zwischenzug mit der Herzdame machen. Also, potenziell war das Spiel, wenn die Kreuz 10 jetzt nicht schläft, platt, obwohl es natürlich ein Riesenspiel war. Drei Bauern, blankes Herz Ass, Pik Ass zu dritt, Kreuz Ass zu dritt. Stand dann in dem Moment schon sehr, sehr unrund. Aber Herz 10 war, obwohl Herz 10 bei Martin war, war potenziell, wenn die 10 nicht im Skat liegt, noch ein Verlust möglich. Okay, nichts passiert. Krang hat gewonnen. Next Game, Spieler 1 spielt Krang. Okay, Bauern sind raus. Mal gucken. Wäre jetzt interessant, wenn er Pik Ass irgendwie zu viert hat oder so, mit dem, wo der König dritt gegensteht. Bauern zusammen und Pik König zu dritt ist immer mal ein Motiv, wo plötzlich so ein sehr starkes Spiel auch fallen kann. Ja, aber er ist viel zu stark. Er hat Ass 10, Ass Ass an der Seite, gewinnt mit 67, hat einfach zwei Bilder gedrückt. Ja, dann war natürlich nichts los. Dann konnten ihm die beiden Bauern nichts anhaben. So, sechsmal Trumpf in Vorhand, Seiten Ass, aber natürlich alles andere als ein vollständiges Spiel. Ich denke mal, ein bisschen reizen wird Martin den. Die roten Farben wird er sicher mindestens rausnehmen. Aber wie, aber über 30? Ich glaube nicht, dass er ihn über 30 reizt. Dafür ist er mir. Eigentlich steht er zu gut im Rennen. Und ja, er geht auf 22 raus. Er liegt schon ein bisschen zu gut. Also wenn du schon ein bisschen hinten an bist, dann kannst du so ein Ding natürlich auch schon mal weiter reizen. Aber du ergehst sofort das Risiko, dich mit dem Bauern noch zu überkaufen. Und außerdem hat Hinterhand vermutlich dann auch die besseren Argumente, wenn der schon in den roten Farben, also kein einfaches Spiel hat oder schon aufs Handspiel geht. So, blank ausgespielt. Ist ja inzwischen salonfähig, auch gegen einen Gang. Bauern kommen. Pick Ass zieht er ab. Okay, steht auch 1-1. Ja, Herzass wird er auch noch haben, sonst würde er den Gang nicht machen. Ja, was wird er jetzt noch haben? Er wird natürlich Herz noch geschlossen haben. Ich glaube, Kreuzass rein für Schneider frei, ne? Ist natürlich nicht wirklich auf Sieg. Martin zockt noch, dass ein Sieg möglich ist. Ja, es war vielleicht ein bisschen zu optimistisch, wo der Spieler im weitesten Sinne, gut, der Gang kann natürlich erzwungen sein. Das muss man auch sagen. Martin ist auf 22 mitgegangen. Also der Gang war nur einfach. Und ein Kreuz hatte Martin selber noch, Ass und König. Also es war auch nicht zwangsläufig ein einfaches Kreuzspiel, so gesehen. Rote Farben, dass die da saßen, war schon anzunehmen. Aber eben ein einfaches, rotes Farbspiel war nicht mehr möglich. Deswegen schon denkbar, dass der Gang eine Ecke schlechter ist und wirklich noch in einer bestellten Kreuz 10 oder so sitzt im Siegssinne. Von daher sicher korrekt gespielt. Auch selbst wenn du eben selber das Ding nur irgendwie 10 zu 90 oder 20 zu 80 einschätzt und selber wettest, dass das wahrscheinlich kein Sieg möglich ist, musst du es halt dennoch so spielen. Denn Schneider, ja okay, Schneider sind ein paar Punkte, aber wenn ein Spiel fällt, dann hast du die 40 und der Alleinspieler kriegt ein paar hundert Unterschiede auf die Rübe. Deswegen ist eine mögliche Verlustvariante natürlich immer vorzuziehen, einer möglichen Schneiderfreivariante. So, Alleinspieler geht von oben los, wahrscheinlich, weil er Herz 10 schützen will. Hoffentlich hat Partner noch einen Trumpf. Nee, dann ist es der Sechstrümpfer mit Herz 10, dann wird da wohl nichts gehen. Gut, zwei Unbekannte noch. Wenn Pikass läuft, dann Karo 10 auf den Tisch, dass er einen noch dabei hat. Aber nö, hat er nicht. Hat Karo Ass bestellt. Nach Pikass ist der Drops gelutscht. Ja, drei Stück hintereinander. Spieler 1, quasi Spätstart hingelegt, aber jetzt am Tisch schon vorne an. So, möglich den 0 zu reizen, aber der hat natürlich im Prinzip auch vier Baustellen. Einige Größe, andere kleiner. 7, 10 geht ja für 0 immer erst nochmal durch, aber 7, 10 Bube ist dann schon doch ein bisschen kritisch. Den kannst du schon gegen eine Normalverteilung, 3-2-Verteilung verlieren, ohne Abwürfe. Eine musst du erstmal finden, dass du Karo damit gequetscht bekommst. Also wenn du da nicht jetzt gerade Kreuz 8 oder 9 oder eine Piklusche aufreißt, dann hast du definitiv ein Problem. Deswegen lohnt es sich hier nicht. Ich meine, es ist auch noch eine ganz kleine Alternative, dass dein Herz draus wird. Lass mal ein dunkles Ast drin liegen und noch ein Bauern oder ein Herz oder so. Aber das ist es Martin hier nicht wert und das, denke ich, ist auch die korrekte Bewertung. Wir haben hier schließlich ein... So, das überrascht mich ein bisschen, wie schnell er jetzt hier in den Viererzug greift. Auf dem langen Weg, die lange Farbe. Klar, 7-10 ist jetzt jeweils kein gutes Ausspiel. Aber eine Herz-Lusche kann halt auch genauso verkehrt sein. Und wenn der Partner jetzt einfach kein Herz hat oder das Herz-Ass jetzt direkt verhaftet wird vom Alleinspieler und dann laufen einfach noch die beiden dunklen Asse. Also klar, er hat kein zwingend logisch korrektes Ausspiel. Ausspiel, ne? Dennoch wundere ich mich, also wie schnell er hier in die Herz-Acht reingreift. Okay, Herz-König ist eine gute Karte. Dann kommt der Alleinspieler eben auch nicht mit Ass-König ins Schnitt, sondern so wie der überlegt, könnte der jetzt tatsächlich auf Herz-Ass-9 stehen. So, vier Augen im ersten, elf. Überlegt schon wieder, was ist mit Pik-Dame. Oh, na gut, das klärt natürlich einiges. Partner hat offensichtlich Pik-Ass. Also eigentlich in dem Moment sicher, denke ich, listiger jetzt Kreuz zu öffnen, damit eben gerade der Abwurf Herz-Lusche nicht passieren kann und dem Mitspieler vielleicht diese Kreuz-10 da freigespielt wird. Also der Zug überzeugt mich nicht jetzt restlos, aber vielleicht hat er jetzt wirklich ja noch vier Trumpf in der Summe dagegen, also so ein Sechstrümpfer oder so, oder sogar nur ein Fünftrümpfer und kann jetzt anfangen abzutragen, Kreuz. Nö, sticht. Das kann nicht richtig gewesen sein. Also das war, glaube ich, im Spielverlauf erkennbar. Wenn da jetzt die Herz-Dame liegt, dann kann er spekulieren, dass er die Herz-10 zu stechen bekommt. Dann muss er sich natürlich auch fragen, wird jemand da aus Ass-10-Lusche jetzt in der zweiten Runde auf Pik-Dame die Lusche abtragen, wenn er die 10 noch hat? Schon sehr unwahrscheinlich, aber das könnte man noch argumentieren, dass er die Herz-7 jetzt mit dem höchsten Trumpf im Spiel verhaftet. Ist jetzt irrelevant, so stark wie das Spiel ist, aber natürlich definitiv nicht die richtige Idee. Und Alleinspieler stand jetzt auf Kreuz als König, also wenn von da Kreuz geöffnet wird, Kreuz-Lusche, König hier die 10, dann Herz-10 mit Pik-Ass und danach noch das Trumpf-Ass mit Herz-Dame oder so. Also da kommen sie natürlich deutlich weiter. Gewinnt jetzt, boah, hat der stark gefunden. Das hat natürlich für Martin auch in den Herz reingepasst. Aber er ist das Risiko nicht eingegangen und nach der Traumfindung gewinnt Spieler 1 mit 81 rechts schmeichelhaft. Also das hat mir von Spieler 3 jetzt, hat mich nicht so überzeugt. So, Martin in Vorhand bei Passe-Passe kurz vorm Grain Hand, würde ich mal sagen. Ah, aber er guckt rein. Ja gut, Herz-10, Pik-König noch als Verstärkung, Herz-10, 14 Augen zum Drücken, das ist klar. Ja, ich glaube, den wird er wohl als Grain losmachen. Sechs volle Kreuz-Bauer in Vorhand, 14 im Keller. Selbst wenn drei Bauern ständen, was möglich ist, ist der nicht automatisch verloren. Er zeigt dann noch in die Pik-Vollen, dass er den Pik-Vollen drücken könnte. Nee, das ist für einen Grain, glaube ich, Käse. Wenn, dann drückst du ihn 14, 14 ist ja genug. Und der Grain hat halt auch eine Schneider-Chance, ne? Ja, den wird er machen. Wat? Martin, 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 Martin. Da hast du mich jetzt wirklich überrascht. Also, natürlich ist der Pik vielleicht noch eine kleine Ecke besser als der Grain. Aber da sind wir wirklich in dem Bereich irgendwo bei, ja, 97 Prozent zu 98,2 oder so, ne? Theoretisch kann ihm jetzt, wo er Pik jetzt auch noch von unten anzieht, können ihm jetzt Kreuz-Aß-10 und Karo-Aß abhanden kommen, ne? Lass dann mal, also wenn man dann schon, sage ich mal, so ein bisschen weiße Mäuse sieht, drei Bauern zusammen oder wie was, dann können jetzt hier natürlich auch Kreuz-Vierer-Längen und Karo-Fünfer-Längen unterwegs sein. Dann verliert er plötzlich das Ding gegen Trumpf-3-2 und gegen Bauern-2-1. Also, das ist natürlich auch drin in der Karte. Von daher, wenn du jetzt rechnest, der Pik ist immer Schneider, 33 gegen 48. Kannst du vielleicht dieses eine Sicherheitsprozent da einbauen? Aber, ja, wenn es wirklich dumm dagegen sitzt, ist der Pik gar nicht immer Schneider und der Grang hat eben auch eine sehr gute Schneider-Chance. Also, das finde ich eine fragwürdige Entscheidung, sage ich ganz offen. Gut, hier ist gar nichts los. Grang wäre also auch gegangen und Pik wird ganz easy Schneider, ja klar. Ob der Grang jetzt auch Schneider geworden wäre, das steht in den Sternen. Kreuz steht offenbar auch 2-2. Also, da war wirklich nichts los. Gut, okay, er steht gut. Er hat das Gefühl, er ist vorne an einem Tisch, wo ein stärkeres Gegenspiel ist, wo auch vielleicht dann mal tight gepasst wird mit drei Bauern. Dennoch glaube ich, dass das zu vorsichtig war. So, jetzt kriegt er es für 18, 20 runter. Karo ist jetzt kein Gemälde, aber hat natürlich auch viele Chancen. Und wenn jetzt Pik Ass rauf geht, dann sieht es schon wieder sehr gut aus. Da an der Stelle kann man auch überlegen, direkt mit dem Trumpf Ass zu stechen, auf den Trumpfstich quasi, den man potenziell hier machen kann, zu verzichten. Weil diesen Trumpfstich machen zu wollen, mit den beiden Bauern, die beiden Bauern vorzusetzen, um das Trumpf Ass hochzuspielen. Das kann natürlich auch mal dazu führen, dass das Trumpf Ass gegen vier Trümpfe noch in Gefahr gerät. Aber anyway, beide Varianten sicher erst mal gut möglich. Und dass ihm das Trumpf Ass abhanden kommt, das müssen sie auch gegen vier Trümpfe noch mal erst mal wieder hinspielen. Dann müssten die Trümpfe wahrscheinlich noch dahinter sitzen und das auch im Kreuz und Rund stehen. Gut, bei 20 im Keller, ich glaube, Herz 7 ist der logische Abwurf. Ich denke, Martin verzögert hier auch bewusst noch ein bisschen, um jetzt nicht das zu deutlich zu machen, wie die Verteilung ist. Er hat den Klassiker 6, Trumpf 3 und 1, hat den blanken abgeworfen. Ja, wenn jetzt vier Trümpfe stehen, jetzt konnte er eben das Ass eben auch nicht mehr stechen, weil hinten ein Überstich droht, dann wird jetzt hier Karobube getaucht. Und dann ist eben schon die Frage, wie plötzlich weiter plötzlich ist das Trumpf Ass auch in Gefahr. Aber hier ist nichts los. Trumpf steht 3 und 2, deswegen Ass jetzt eine Stehkarte. Ja, mit Herz Ass ist auf jeden Fall zu. Bei 20 gedrückt, er hat er ja schon nach dem ersten Stich 39, also definitiv. Er kann mit dem Trumpf Ass stechen und einfach die Karten in die Luft schmeißen, hat er mindestens 61. Aber Trumpf Ass ist natürlich hoch. Ja, wird wohl jetzt Kreuz König spielen, ne? Kreuz König steht wahrscheinlich auch 2, 2. Ne, Kreuz steht tatsächlich 3, 1. Gut hat er natürlich in dem Sinne, ja, auch eben Glück, dass er direkt erstmal das Peakvolle zu greifen bekommt, dass nicht dein Herz auf den Tisch kommt, wo er erstmal bedienen muss. Dadurch wurde es jetzt wieder deutlich leichter. Also es geht so ein bisschen so weiter wie auch in der ersten Serie. Die Spiele, die jetzt wirklich mal schwer werden könnten oder eben auch wirklich auf Totspielen stehen wie das erste Spiel, da machen sie es ihm einfach nicht schwer genug. Da sind sie nicht präzise genug dabei. Ein kleiner Fehler wie in dem ersten Spiel, dass der Spieler mit einem Pik Buben rauf geht und den Trumpfstich verballert. Oder hier, dass eben direkt die Stechfarbe kommt und nicht der Blenker getroffen wird. Also es ist ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Liegt Martin also gut im Rennen. So, für Pass-Pass nimmt er ihn auf jeden Fall. Ich glaube auch, er wird ein bisschen reizen, wird er auch. Er kriegt ihn bei Pass-Pass, Karo 10 drin. Dann hat er ja, ich, also wenn er den jetzt auch wieder als Karo macht, ne, den macht er jetzt als Krank, weil er 10 Augen unten hat, ne? Wenn er 4 Stiche in der Abgabe gegen Bauern zusammen, ist er natürlich auch nicht zwangsläufig gewonnen. Die vollen gehen dann im Zweifel auch irgendwie so 4,4 aus. Wenn jetzt Herz-Ass zum Beispiel auf Abknack steht, dann wird es schon extrem eng. So, oder wenn jetzt hier geschmiert wird, ne, wird nicht geschmiert. Ich glaube, jetzt kommt er hin. Jetzt ist er, glaube ich, auf 62, ne? Weil er die 10 Augen gedrückt hatte. 14, dann die 28, 24. Ja, ich glaube, er ist bei 62. Und das ist aber auch höchst nötig, denn, ja, ob es jetzt noch einen Stich gibt, ist fragwürdig. Gut, der Richtige kommt erst mal ran. Ja, Herz steht zu dritt. Also, kann man natürlich jetzt auch, wenn man jetzt diese 2 Augen sucht, ne? Wo sind die 2 Augen geblieben? Fällt natürlich auf, dass man, statt im letzten Stich mit dem Pieckbuben den Karo Bauern zu nehmen, auch 4 Stiche vorher auf den Karo König hätte schmieren können, ne? So, also, es kann auch natürlich auf den Karo König das Kreuz Ass geladen werden. Ähm, Problem dann, ist zwar erst mal nicht der richtige Spieler dran, aber wenn er dann den Pieck trifft, äh, um seinen anderen Vollen zu schützen, also der, äh, Rechtssitz und gestochen hat, ne? Die 17, also Karo König, Kreuz Ass, gestochen, 17 und dann eben wirklich in Pieck die Übergabe findet, weil er eben die Karte auch, er kennt ja schon die Karte auch, ne? Zwei Bauern, vier Karos, Herz Ass, warum zieht der Leinspiel dann das Herz Ass noch vorm Karo König, weil es zu dritt ist, weil er es sich nicht abstechen lassen will, also dann auf Pieck auf der blanken Busche rüber und dann auf Herz 10, Kreuz 10 rein, zack, geht das Ding auf 60. Und deswegen an der Stelle, was mich eben wirklich da ein bisschen irritiert, Spiel 10 so tight diesen Pieck-Schneider und jetzt Spiel 13 das Ding dann als krank, also das, das ist für mich an der Stelle logisch, ich hätte den sicher auch als krank gespielt, ich hätte nur halt Spiel 10 auch als krank gespielt, weil das ist so ein bisschen nicht konsistent irgendwie, von der Risikoeinschätzung, ist mein Gefühl an der Stelle. So, ja, den wird er wohl auch bis 30 reizen. Ja, macht er. Geht er auf Hand? Ne, das hätte mich auch gewundert. Wiederspieler 2 übrigens, steht auf 480, bisher noch nicht so viel los am Tisch. Die anderen sind auch ein bisschen weniger Material bisher, aber bisher in dem Sinne auch noch gut dabei. So, jetzt, das kann natürlich interessant werden. 4 Trumpf dagegen, farbefrei. Ja, Pieck hörst du definitiv lieber als Kreuz. So, 13, solide, Herz 7. Beispiel überlegt. Ah, hat sich jetzt, hat geschnippelt mit Aslusche offensichtlich, 16 Augen, jetzt entweder Karoübergabe, dann kannst du Herz 10 scharf bringen zum Abstich, oder Kreuz. Musste dann stechen, was sehen wir lieber, Kreuz 7. Okay, sticht auch in einer Mikrosekunde mit Karo Buben sicher korrekt und hat Herz 10 schon in der Hand. Oh, das ist eine Überraschung. Fünfmal Kreuz würde ich wetten, Beispiele 1, 2 Kreuz gedrückt. Anders geht das ja gar nicht mehr. Dann hat er entweder noch zwei Karos beim Sechstrümpfer oder sogar drei Karos, wenn es nur ein Fünftrümpfer ist. Es ist nur der Fünftrümpfer. Das war jetzt natürlich ein Stück weit bitter, aber Martin muss den stechen. Martin muss den stechen. Ja, nehmen Herzlusche. Und dann, wenn er eine Stärke in Karo hat, dann kommt er hin. Wenn er Karo 10 König irgendwie hat. Ansonsten kommt er zu kurz. Also wenn er nur 10 Dame, 7 oder 10 Dame, 9 hat, kommt der Alleinspieler schon zu kurz, weil er jetzt nur noch einen Trumpf hat. Okay, Partner hat sogar Karo 10. Jetzt ein Zwischenzug Kreuz. Martin wird dann den mit Herz 10 beschweren und dann ist die Geschichte dennoch gelaufen. Das ist natürlich jetzt ein krasser Fehler, weil der Spieler hat noch Karo Dame bestellt und den letzten Trumpf. Martin richtet sich auch auf. Man sieht es ein bisschen, ärgert sich. Zurecht. Ja, oh Mann. Ja, das ist natürlich gut. Du darfst dich nicht ärgern. Du profitierst manchmal auch, aber das ist natürlich ein Stockfehler, wo wirklich schon alles geklärt war. Und das lief jetzt so glücklich für den Spieler schon, dass da gegen den Viertrumpf man überstechen konnte. 13 Augenkreuz gedrückt. So musste das ja sein. Hat natürlich auch lausig gefunden. Zur Karo, 9, irgendwie 7 und Dame. Ja, gut. Hat natürlich mit den beiden Alten und Voren auch die 30 gehalten. Das war natürlich jetzt... Ja, wir sehen auch, Martin ist emotional. Man muss in so einer Situation halt schnell wieder runterregeln, sich wieder einkriegen. Denn du kannst ja das Spiel deiner Mitspieler nun mal nicht beeinflussen. Musst dich fragen, habe ich selbst alles richtig gemacht? Potenziell Herzkönig wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber an sich war so, ja, alles vorbereitet. Also Herzkönig im zweiten Stich. Ich mache das auch nicht. Die 7 ist an sich der stärkere Stich und die stärkere Karte, denke ich. Und ja, hier war es nun ganz eindeutig, wer das Spiel hinten raus verbastelt hat. Ja, das sieht natürlich jetzt ein bisschen besser aus. Trumpf steht ganz glatt. Caro voll und direkt gestochen. Martin zeigt auch die Herzen. Ich glaube, er überlegt kurz, ob er Herz wirklich zieht, weil er ein bisschen in Sorge ist, dass er ihm wieder irgendwie ein Herzkönig oder Herzdame zu dritt da hochspielt oder sogar die 3-3-Herz-Lusion kann er auch haben. Jedenfalls ein Herzdrilling. Aber ich glaube, muss er trotzdem machen. Ich meine, Caro 10 kann es jetzt nicht spielen. Pik kannst du immer noch danach öffnen. So Herzkönig kommt, dann kann man auch die 10 direkt hinterher ziehen. Also 28. Ist das Ding doch noch ein bisschen, ist da doch noch was drin für euch? Oh, Moment mal. Der ist ja scheinbar doch schlechter als gedacht in der Beikarte. Pik, Asskönig und 2 Herzluschen. Vielleicht sogar eine dritte Herzlusche. Wenn jetzt Herzlusche hinterherkommt, kann Pik 7 abgetragen werden. Dann wird das auch das Blatt noch weiter klären. Und dann noch ein dunkler Bube beim Partner ist. Okay, der spielt Karodame. Der bringt nicht den Herz, will ein Bild anbieten. Aber wenn er ihn nicht mit 2 hat, dann hat er, glaube ich, jetzt ein Problem. Dann hat er ein echtes Problem. Und so wie es aussieht, überlegt Spieler 1. Ich glaube, ich hole mir schon mal langsam hier die Glocke in Reichweite. Er hat Kreuzbube. Ich glaube, jetzt muss das Spiel fallen. Okay, warum spielt er nicht den letzten Herz an der Stelle? Dann wäre sogar Pik, Asskönig noch. Ach, er hat den gar nicht. Der Herz war sogar gedrückt. Er hat sogar noch einen Trumpf. Also das ist natürlich auch ein bisschen ungewöhnlich hier von der Drückung. Er hat tatsächlich die 3 Herzluschen und den blanken Karo hat dann aus den 3 Herzluschen die eine Lusche gedrückt. Guck mal, wenn er jetzt, was natürlich einem sich wenig hilft, weil er immer noch 2 Herzluschen im Blatt hat. Jetzt steht Herz 2, 2. Er kriegt den natürlich nicht hochgespielt und hat stattdessen den Pik, König abgegeben. Also wenn der Alleinspieler jetzt einfach, sagen wir mal, Karo, Lusche und Pik, König drückt. Ich meine, aus Ass, König, Lusche, der König kann natürlich auch mal die Stärke sein. Aber da sitzen die 10 jetzt dahinter. Das wären aber genau diese 4 Augen gewesen, um das Spiel im Prinzip dann vermutlich nach dem ersten Stich, nach Abstich Karoas, automatisch zu gewinnen. Also hier an der Stelle jetzt einfach ein bisschen Glück. Man kann natürlich auch sagen, Partner kann natürlich eben noch den, nachdem er Kreuz Buben nimmt, den anderen Buben spielen. Er muss ihm nicht da die 14 Augen zum Vorstechen geben. Es hätte jetzt noch deutlicher ausgehen können. Dann kriegt der Alleinspieler nur noch den letzten Stich. Er kriegt also 16 Augen oder was weniger. Aber nichtsdestotrotz, bei dem jetzt vorliegenden Verlauf, hätte ihm, dann hätte er natürlich auf Pik Dame sicher auch rausnehmen müssen. Und hätte möglicherweise einfach mit 61 gewonnen. So, Martin, jetzt kriegt er 4 Bauern und ein Ass. Findung war Rotz. Ja, jetzt überlegt er. Er will sicher nicht den, er will sicher lieber den Kreuz mit 5 spielen als den Karo mit 4. Das ist natürlich, sowohl, dass der mit 5 ist, dafür hat der Karo etwas größere Schneider-Chance, logischerweise. Aber es sind in der Kategorie natürlich schon ein paar Punkte Unterschied. Kreuz mit 5 Spiel 6 sind 72, Karo mit 4 Spiel 5 sind erstmal nur 54. Auch wenn der noch Schneider werden kann. Von daher denke ich mal, dass er wahrscheinlich Karo König runterdrücken wird. Na, er nimmt es auch nochmal auf, er überlegt es. Denn wenn du 0 Augen drückst, ist der Kreuz natürlich verlierbar. Die üblichen 28 in Karo, wenn Karo zu 4 dagegen steht, plus 32 Schmierung, die sind natürlich immer draußen. Nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Da muss ich sagen, das finde ich super inkonsequent. Vorher das Ding als Piktaufen und nicht als Krang und dieses Ding jetzt trotzdem als verlierbares Kreuz spielen. Wegen einem Unterschied von, Kreuz mit 5 Spiel 6, wie gesagt 72, Karo mit 4 Spiel 5, sehr wahrscheinlich Schneider 6. 54, also wegen 18 Punkte Unterschied jetzt hier die Niederlage riskieren. Klar, der Kreuz kann auch noch Schneider werden. Also wir sind irgendwo bei 18 bis 30 Punkte Unterschied. Und vor allen Dingen eben, er kann ja den Kreuz mit 5 spielen, aber da muss doch eigentlich der Karo König runter. Denn dass sie dann in diesen drei Stichen 6 Volle kriegen, das ist fast überhaupt nicht zu vermuten. Ja, es passiert nichts. Es ist auch keine Reizung. Also es steht offensichtlich Karo nicht zu viert. Aber man hat ja so oft dann auch schon mal eine Farbe 4-0 stehen sehen. Chance irgendwo bei 8, Komma ein paar Prozent. Ja. Schöne Karte, gute Punkte. Dennoch hier in der Summe bin ich ein bisschen irritiert. Lieber Martin. Mal gucken, ob du mir noch Rechenschaft ablegen willst, was du ungefähr vor einem Jahr gedacht hast. Ich meine, man kann halt Skat nicht ohne Risiko spielen. Das siehst du ja auch manchmal an den Reizungen. Aber wenn das Risiko vermeidbar ist, dann, oder wenn da so wenig an Punkten extra rausgeholt werden kann, dann ist das eben doch sehr fragwürdig. Und wir haben ja gesehen, dass Martin super tight diese Risikoanalyse macht, wo er in dem Spiel 10, glaube ich, den Peak Schneider spielt, statt den wirklich auch fast unverlierbaren Gang. Und ich glaube, da war der Gang viel besser als jetzt dieser Kreuz mit 5. Und das ist nur die Sache, die mich jetzt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, komplett aus der Fassung bringt. Das sind die Entscheidungen, die du immer zu treffen hast. Du musst natürlich auch abwägen, wie lang ist das Turnier und wie groß oder gering ist denn eigentlich so eine Verlustchance. Das ist klar. Und ein bisschen spielt das Bauchgefühl dann auch immer eine Rolle, aber nee, da gehe ich nicht so ganz mit. So. Spieler 1 spielt Herz. Jetzt habe ich den ersten Stich verpasst, weil ich hier am Schwafen bin. Tatsächlich kreuzunter durchgestochen. Danke für den Tipp mit den Vor- und Zurück-Tasten kann man auch mal fünf oder zehn Sekunden hier scrollen. Ganz easy. So geht es also viel besser. Also, sechs Trümpfer mit zweien und keinem Stück Kreuz. Ja, wenn ein Karo stark ist, wenn wir vom üblichen Drilling und Single ausgehen, wenn ein Karo könnte ein Peak 10 zu dritt haben, Karo Ass blank, er könnte Karo Ass zu dritt haben, Peak blank. Aber einen blanken Peak hätte er vielleicht auf Kreuz abgeworfen. Es sei denn, er hat die Zehn gequetscht und es lag ja schließlich die Kreuzdame. Er kann das hier auch noch ein bisschen maskieren. Also Karo König, wenn er allein schwer Ass 10 hat, Ass 10 Lusche oder so, dann wird er sowieso gewinnen. Karo König, selbst wenn man da jetzt erstmal die Zehn kaputt macht, zweimal getaucht wird, kann man immer noch danach mit dem Trumpf Ass die Karo 10 abziehen und dann Karo reinspielen und gucken, wie viel Peak dann noch da sind. Und jetzt ist der Alleinspieler auch mächtig am Überlegen. Am Rudern hat der ein Problem. Steht der wirklich in der Peak Drilling? Ich meine, selbst wenn Peak König jetzt kommt, müsste man glaube ich tauchen, danach dann die Lusche rausnehmen, dann Kreuz 10 setzen und könnte dann Peak 10 mit Karo 10, also könnte man so ein 31er Stich hinten raus noch sehen, Peak 10, Ass Karo 10, vorstellbar. Das habe ich aber auch wieder nicht, was haben sie gemacht? Trump 15, ne? Ich glaube, sie haben erst, im ersten wurde gestochen, dann zweimal von oben, sie haben glaube ich sogar, sie haben sogar erst 14, ne? 14, wenn dann 28, ich glaube, sie wären nur auf 59 gekommen in dem Spot, aber Alleinspieler entscheidet sich auch anders. Karo 7 geht weg vom Partner, gut, dann, oh, Peak 10, da hat er noch Karo 10 und Peak König. Ja, 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 dann ging es sowieso, er hat zwei Zwillinge, einmal Ass 10, Ass 10 ist natürlich dann zu stark und Peak König 10 an der Seite, klar, das ist der Grund, warum er auch einsticht in Kreuz, er hat nicht einen Blanken abzutragen. So, das Ding ist einfach zu schwach, das kannst du im 36er Turnier mal 18 anreizen, im Rocket willst du den vielleicht durchpeitschen, irgendwo Richtung Herz ohne 6 oder sogar Gang ohne 4, aber hier sind es eben keine 18, viel zu teuer, steht Martin viel zu gut. So, wahrscheinlich der 6-Trümpfer, Herzbube wohl noch beim, nee, Herzbube war schon raus, Karobubenstich erwarten wir, doch, Herzbube ist da. So, ja, wenn der, ich glaube, er muss auf einen Drilling Peak jetzt hoffen, ne? 13, 27, er muss auf einen Drilling Peak hoffen, der auch nicht zu stark sein darf, also der darf auch schon nicht 10 und König beinhalten, ne? denn er muss jetzt, glaube ich, eigentlich Karo Ass ins Feld führen, ne? wenn es Karo Drilling ist, na, er allein hat noch 3 Trumpf und 3 Unbekannte, dann kommt er immer hin und wenn es Kreuz Drilling war, dann hat er sowieso schon 2 Stegkartenstiche, ja, er muss auf den Peak Drilling spielen, absolut korrekt, jetzt hätte er sonst ein Auge mehr bekommen, aber, wie gesagt, das war einfach keine Gewinnstellung. Spiel 19, wir sind schon wieder, es geht schon wieder schnell, hier Schlag auf Schlag, ehe wir uns versehen, sind wir hier schon wieder auf der Zielgerade der Serie, bei Martin auch wieder ein bisschen eingebrochen, die Karte, jetzt hat er hier wieder einen schönen Ansatz, kriegt er ihn für 23? Ne, kriegt er nicht, also, ja, als Hand ist er, glaube ich, zu dünn, guckt auch noch mal nach, er steht auf 640, also, mit seiner ersten Serie, mit den 950, ist er hier immer noch genau, schon auf, also, hat er jetzt im Prinzip schon seinen Soll für diese Serie erfüllt, wenn man immer von ausgeht, 100 Punkte pro drei Spiele, dass du damit einfach dich in der Spitzengruppe festbeißen kannst, und natürlich hätte er das Spiel sicher gerne genommen, aber bei 24, ja, Gegenreizung, muss dann eben mal wieder die Vernunft siegen, und es sind ja auch noch einige Spiele nach, erstens kann das Gegenspiel auch geschlagen werden, und danach kommen noch fünf Spiele, von daher nachvollziehbar. Mit dem aufgeklappten Messer in der Tasche, so, da wird erst mal blank gespielt, ganz klar, auch gut, wichtig, hier bei so einer Geschichte zu beobachten, welche Luschen liegen da eigentlich noch, und liegt da schon ein Bild? Nein, 9, 8 und Pickers. So, den muss er natürlich laufen lassen, mit Partner rankommt und jetzt mal in Pick irgendwas geht. Da kommt der König und der 2, Trümpfer sticht. Pickbube definitiv ja noch beim Partner aufgrund der Reizung. Ja, wenn es jetzt der klassische 6, 3, 1 ist, Drilling, Pick, mit Ass, in die Achillesferse getroffen. Von daher, ich denke, Herzass ist jetzt Pflicht, auf eine blanke Lusche zu ziehen. Partner sollte immer die 10 legen, wenn er sie hat. Die Dame ist ein bisschen komisch, weil wenn nicht 14 Augen in Herz gedrückt sind, wird man denken, dass er noch ein bisschen mehr hat. Ja, Martin, habt ihr gesehen, wie Martin sich ärgert? Warum ist der nicht da direkt mit der Herz 10 raufgegangen? Weil, ich meine, der Spieler weiß eigentlich mehr. Spieler 3 weiß es ja. Der weiß den Trumpfstand, wo Martin mit dem Kreuz Buben sticht. Kann er ganz leicht sehen, ist es ein 6-Trümpfer, ist es ein 7-Trümpfer oder sogar nur ein 5-Trümpfer. Und er weiß eben auch den Peakstand. Hat der Mann nur 2-Peak, hatte er 3-Peak. Jetzt wird Herz 10 gestochen und dann, würde ich sagen, musste die da natürlich rein. Mit der Trumpfdame, Spieler 1 überlegt, also ich glaube, dann wird es der 6-Trümpfer sein. Er hat halt ein Herz, er wird dann noch einen Peak haben. Die Frage ist, hat er Peakdame und unser Partner die Peak 7 oder umgekehrt. Dass er jetzt so lange überlegt, wahrscheinlich, ob er einen Trumpfvollen vorspielt, wäre eine Variante, wenn Trumpfkönig und der Peakbube noch fehlt, wo er mit der Dame sticht, ist das die wahrscheinlichste Variante. Wir haben noch keinen Trumpfvollen gesehen und Trumpfkönig hat er vermutlich auch nicht. Überlegt er jetzt, ob er eine von seinen beiden Trumpfluschen spielt, beide Trumpfstiche abgibt oder ob er einen Vollen anbietet. Okay, er bietet den Vollen an. 34 haben wir glaube ich liegen. Jetzt geht es gerade auf Peakdame. Ist der Peakstich noch draußen? 57? Ja. Dann ist es immer noch platt. 64 müssten hier sein. Und der Line-Spiel müsste jetzt noch zwei Trumpfluschen eigentlich haben. 56. Das lassen wir uns mal kurz rechnen. War den Trumpf 10 jetzt eine gute Idee? Denn Kreuz 10 war, wenn ich das richtig gesehen habe, ist genau, Kreuz 10 ist gedrückt. Das heißt, es war ja nur noch ein Voller draußen. Er kann jetzt noch abgeben, die beiden Trumpfluschen und die Peaklusche, gibt also null eigene Augen ab auf die drei Stiche. Partner macht Trumpfkönig, Bauer und Dame, neun Augen, sind wir bei 43. Und Martin hat noch zu wimmeln, Kreuzasskönig. Hatte Martin denn Kreuzdame im Blatt? Da, Kreuzasskönig, Dame. Ja, 18 Augen und neun, sieben und drei, kommen auch auf 61. Ja, dann hat er zumindest so korrekt gezählt. Vielleicht hätte er trotzdem drauf wetten sollen. Im Endeffekt, er gewinnt wohl nur, wenn der letzte Volle, wenn das Kreuzass auch beim Dreitrümpfer sitzt. Oder eben, wenn Martin jetzt eine Lusche mehr hat und nicht auch noch Kreuzkönig und Dame. Also ich glaube, Karo 10, er hat ja ewig auch überlegt, dass da geschmiert wird, war ja offensichtlich, wo ihm, selbst wenn Martin da nur ein Bild reinlegt, dann kann er das erst dann immer noch auf den Trumpfstich legen. So gesehen, glaube ich, Karo 10 war hier nicht der beste Zug. Sonst verliert er wahrscheinlich mit 59. Hätte vielleicht noch die Chance gehabt, wenn da ein Bild steht. Aber letztlich, dass überhaupt nur die Idee oder in die Nähe der Chance kam, war eigentlich, Spieler 3 zu verdanken, der da die Herz 10 nicht reintut. Und die muss er ja legen. Er hat gar keinen Kreuzvollen mehr erkennt, wirklich die drei Piken und die sechs Trümpfe. Deswegen, es war die letzte Unbekannte. Sein Partner entscheidet sich für den Vollen, den er auf dem Tisch legt. Da muss ein Voller einfach mit rein. So, da ist die Herz 10 abhanden gekommen. Martin erklärt, die Pikvollen spart er noch auf. Er versucht, irgendwas zu öffnen, die 10 frei zu spielen. Im Zweifel sind auch nur zwei Karos. Gut, aber wenn es da keine Trumpfstiche gibt oder nicht beide Trumpfstiche gibt, sagen wir mal, und eben Herz 2, 2, die 10 rausgeschnippelt hat, dann war hier natürlich nichts zu machen. Durchaus, ich habe das Spiel jetzt am Anfang, weil ich noch im Furor war, im letzten Spiel, habe ich es nicht am Anfang so stark verfolgt. Also war offensichtlich gar nicht so ein starkes Spiel. Wenn da der Herzschnitt nicht gelingt, hätte das auch anders ausgehen können. Gucke ich mal, dass ich jetzt die letzten Spiele wieder die Konzentration hochbekomme, dass ich das hier noch sinnvoll beleuchten kann. So, Karo König, ja gut, also wenn der blank ist, dann ist es so oder so scheiße, auch wenn du dann die 7 legst und dann 10 da mit 9 steht. Also von daher, ich glaube, muss Martin rauf. Okay, die Dame sagt, er war nicht blank. Okay, Karo 10 gedrückt, blanke Dame im Blatt gehalten. So gesehen, erstmal guter Auftakt. 18 und 15, jetzt den 7. bringen. Möglich, Abwurf, blanker Herz oder so. Gut, der wäre wahrscheinlich rausgekommen, aber dennoch erstmal als Zweitrümpfer jetzt hier den 7. bringen. macht wahrscheinlich schon Druck. Partner überlegt wieder, okay, ich glaube, Martin zeigt es auch, Pik 8 wäre natürlich auch eine Variante, um die Pik 10 freizuspielen, aber ich denke, das ist hier schon die richtige Idee. Kann auch sein, dass das allein für Pik 8 10 Lusch jetzt noch hat, beim 6. Trümpfer wird er wohl ohnehin gewinnen, wenn er so stark ist. Überstich, okay, das nimmt so ein bisschen die Fantasie raus. Okay, Trumpf zurück, 6 Trümpfer, blanke Karodame, aber wie schlecht soll der Drilling sein? Der kann eigentlich nur noch Herz 9, Dame, König kann man sich irgendwie vorstellen. Wenn er den Pik Drilling hat, kommt er ja auch hin, weil der wieder 2-2 steht. Er hat noch einen Drilling und zwei Trümpfe. Ach, er hat sogar Pik erst selber in der Hand. Dann war natürlich gar nichts los. Ich bin ein bisschen gespannt. Muss ich nachher auch wieder. Also denkt mal einmal dran, ich verlinke euch einmal Martins Kanal. Lasst Martin auch gerne ein Abo übrigens da. Ist ja komplett kostenlos. Der steht kurz vor den 1000 Abos. Helft ihm mal ein bisschen mit aufs Pferd. Hat ja hier eine, wie ich schon sagte, eine sehr respektable Aktion, dass er hier ein so hoch dotiertes Turnier, es handelt sich um das Rocket-Finale aus dem letzten Jahr, aus dem Januar 2022, wo es um fünfstelliges Preisgeld geht für den Sieger. Dass er, für die Sieger besser gesagt, dass er das hier live streamt und kommentiert. Hut ab dafür. Also lasst ihm gerne ein Abo da. Und ich bin ein bisschen gespannt, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Er erzählt ja manchmal so viel, wo ich so dachte, was erzählt er denn zu diesem einen Spiel? Was hat er sich da noch für Gedanken extra gemacht? Ja, und an anderen Phasen ist er dann wieder still und versunken, konzentriert, wenn ich es mal konzentriert. Also das muss ich mir definitiv gleich noch angucken. Was ist denn jetzt los? Spieler 1 hat schon lange überlegt, ob er überpasset, nee, hat nicht lange überlegt, Martin ist vorhanden. überlegt jetzt lange, was er macht. Also wir sind hier wirklich in Echtzeit unterwegs, sehr lange Bedenkzeit. Martin, nur zwei Trümpfe, Beikarte kann jetzt nicht so dolle sein. Partner, gefühlt ja überlegt der, der kann ja eigentlich nicht überlegen. die Karo 7 kam jetzt auch mit Verzögerung. Jetzt überlegt, vielleicht waren auch alle einfach nur kurz einen Kaffee trinken, haben sonst eine Pause gemacht. Manchmal, man darf ja auch nicht zu viel in diese Pausen reininterpretieren, aber jetzt wird es natürlich interessant. Frage ist, gut, Martin muss so oder so die Farbe wechseln, nee, muss er eben nicht. Wenn Karo jetzt noch 1-1 steht, spielt er ihn idealerweise erst noch mal ins Karo Ass an, dann ist der Drops sowieso gelutscht, aber wenn Karo zu dritt natürlich steht beim Alleinspieler, dann darf er jetzt natürlich Karo nicht weiterspielen. Hat ihn wirklich sehr lange überlegt. Hat er dann den klassischen 6-Trümpfer mit Ass zu dritt und einer blanken Lusche? Hätte er so lange überlegt? Kreuz 8. Das ist eine sehr prinzipielle Karte. Jetzt geht er im Endeffekt auf Karo, also im Prinzip schon auf den 5-Trümpfer, Karo Ass zu dritt und 2-Herzen oder sowas. Klar ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er kein Kreuz hat, als dass er kein Herz hat, weil Martin 3 hat, aber ehrlich gesagt, die Karte ist mir jetzt doch ein bisschen zu passiv. Beim Schach würde man vielleicht sagen, zu passiv, aber wir sind natürlich nicht beim Schach. Einfach zu wenig Augen. Kreuz, ich meine, wird der Partner mit der 10 rauflaufen? Komm, wir gucken einfach weiter, was passiert. Der geht nur mit der 9 rauf. Ganz günstige Abwurfmöglichkeit. Okay. Dann hat er, glaube ich, richtig gezockt. Die Übergabe auf 0 Augen nimmt der Spieler lieber raus. Gut, entweder er hat keinen Blanken oder er will sich noch verteidigen, weil er noch nicht weiß, wo Karo 10 König ist. Das ist natürlich auch noch ein Motiv. Alleinspieler steht auf Karo Ass Lusche noch und will den Abstieg nicht sehen, aber wenn er eine blanke Herz hätte auf 0 Augen, kann er, glaube ich, trotzdem eine blanke Herz abtragen und im Zweifel diesen Abstieg sogar verkraften. Du gibst zwar dann in Karo die vollen Augen ab, aber bist dafür dann eine viel Lusche ganz günstig losgewonnen. Ja, jetzt ist Martin halt wieder dran. Ja, jetzt ist es konsequent. Kreuz Dame ist jetzt, denke ich, konsequent der Zug. Partner geht auch nicht rauf, wo ist Kreuz König 10. Tja, Überraschung. Er war tatsächlich ein blanker Herz, den er auf 0 Augen nicht abgetragen hat. Wahrscheinlich hat 10 gedrückt, Herz Dame in der Hand. Das ist doch 6-3-1, ne? Und Herz Bub ist, glaube ich, hoch. Können ja jetzt halt nur noch, also er muss ja schon noch die beiden Karos jetzt haben. Dann war das Spiel wirklich stärker. Kreuz König ist gedrückt und und Herz 10, also lag auch wirklich gut drin. Gut, vielleicht auch ein bisschen Martin und uns auf die falsche Spur geführt, weil er ewig überlegt jetzt mit der Spielansage. Ich glaube, die Drückung ist einfach logisch. Aus Herz 10, Dame, die 10 im blanken Kreuz König hat den Sechstrümpfer mit einem Zugbauern, mit einem Trumpf Ass, mit Karo Ass, Doppeldusche an der Seite. Also hat an sich ein sehr solides Spiel, was du meistens gewinnst. Wenn überhaupt, wird das nur eng, wenn dann Karo andersrum 3-1 steht, wenn da Karo Dusche, Karo Dame liegt, dann ist es natürlich schon schon dass der Spieler hier die die Null Augen jetzt verhaftet, denn er konnte eben, weil er nur den Sechstrümpfer hat, auch mit dem Zug von Kreuz Bube gar nicht zwangsläufig verhindern, dass Karo 21 im Abhanden kommt. Wenn dann Pik Bube eben zu zweit in Mittelhand steht, dann kommt er dann immer noch ran und setzt danach die Karo 10 vor und der letzte Trumpf sticht die ab. Und weil er diese Drohung sowieso nicht 100-prozentig eliminieren kann, also weil er das Spiel sowieso nicht sicher machen kann, hätte ich doch, denke ich, eher diese Chance genutzt auf Null Augen diese Herzdame fallen zu lassen. Ja, lass dann den Abstich Karo 10 kommen, dann sitzt er hinterhand, dann muss er erstmal wieder angetreten werden, dann kann er auch Trumpf unten ziehen. Also, ich glaube auch von Spiele 1 nicht optimal gespielt, aber letztlich war eben gar nichts los, 84 Augen kriegt er hier. Ja, wie gesagt, Martin ist ja auch noch ein bisschen am rumrechnen und am erzählen. Ich verlinke das hier einmal oben, einfach dieses kleine i, den Infobutton, da findet ihr das Originalvideo auf Martins Kanal mit der Vertonung, wenn euch das auch interessiert, vielleicht interessiert ihr auch nur die eine oder andere Stelle, nochmal 5 oder 10 Minuten, was Martin sich da so für Gedanken gemacht hat, vielleicht sind das ja auch noch komplett andere als die, die ich mir hier mache, das sind sicher auch nochmal interessante Fragestellungen, einfach eine andere Perspektive. So, das könnte interessant werden, zieht von oben und es ist nur der Sechstrümpfer, also roter Bube noch beim Partner. Kann man sich auch überlegen, ob zweimal von oben ziehen in der Trumpf-Konstellation erstmal schon eine gute Idee ist, das wäre vielleicht eine Konstellation, wo ihm ein Trumpf voller fehlt, wo man auch mal den ersten Trumpf von unten spielen kann, gerade gegen diese 4-1-Verteilung. Abzug Karo Bauer. Ja, es ist natürlich noch nicht viel geklärt. Prinzipiell hat Martin sich schon entschlossen, Karo Ass zu senken, unwahrscheinlich, dass der, also möglich, aber nicht wahrscheinlich, dass der in der Karo 10 irgendwie steht, zu zweit ganz sehr unwahrscheinlich beim so starken Sechstrümpfer in Vorhand mit den beiden Alten und Trumpf-Ass. Wenn er es zu dritt hat, wäre es ein bisschen Pech, aber so gesehen muss man sich jetzt fragen, können wir überhaupt noch gewinnen, wenn der einen Peak-Ass zu dritt zum Beispiel dabei hat. Selbst wenn er dann eine blanke Kreuz hat, dann können da ja nur 11-A irgendwo auffallen, weil Martin selbst die Lusche noch führt. Oder steht er im Kreuz-Ass zu dritt, dann wird er wahrscheinlich auch keine Probleme haben, denn der stand auch 2-2. Also ich denke, Peak 10 ist jetzt, ich glaube, ich entscheide mich für Peak 10. Wenn er dann Peak-Ass zu dritt hat, wie gesagt, ich glaube, das würden wir eh nicht schlagen. Martin geht auf den Karo König. Okay. Oh, 40 liegen. 40 liegen. Ja, ich glaube, jetzt muss er Peak 10 machen, ne? Oh, und ärgern. Der hat 1 und 1 gedrückt, hat ein Karo drin und ein Kreuz drin und jetzt noch Peak-Ass bestellt. Ja, jetzt haben sie 43. Gut, also er hat noch 2 Peak und 1 Trumpf, es sei denn, er hat gerade mit Karo 10 geblufft. Eigentlich muss Martin jetzt, nee, das ist auch ein Fehler. Theoretisch kann ja der Partner noch das Peak-Ass haben und der Alleinspieler steht in in Lusche Dame oder so, deswegen muss er bei 43 natürlich den Peak-König noch behalten. Nicht, dass das jetzt krass wahrscheinlich war, aber möglich noch. Ja, 14 gedrückt, hat Karo Lusche in der Hand, hat Kreuz Lusche in der Hand, hat Peak-Ass Lusche in der Hand. Ich glaube, den sollte er wirklich nicht von oben ziehen. So, aber wenn er ihn jetzt von oben zieht und wo dann auch korrekt Trumpfabzug kommt, wenn Martin da die Peak-10 reinpfeffert, dann ist er halt diese Sorgen los. Dann sind Karo Ass und Peak-10 safe auf Trumpf und dann kommt er eben auf Kreuz 10 auch gar nicht in die Verlegenheit, da jetzt nochmal zu schmieren. Da kann er sich dann nur überlegen, ob er da ein Bild rein tut oder nicht. Und ja, da muss er natürlich dann auch den Riecher haben. Der Partner hat dann vielleicht aber auch, wenn er Peak-10 gesehen hat, muss der ja auch nicht um den Kreuz Ass 10 ziehen. Der kann ja nach, theoretisch nach Kreuz Ass, wenn der läuft, dann eben auch mal in diese Karo Dame drehen, um diese 1 zu 1 Drückungsvariation abzudecken. Dann liegt der Karo Dame König und dann ist das Thema, glaube ich, wirklich erledigt, weil dann kann Martin den letzten Karo setzen und hinten steht noch die Kreuz 10. Das heißt, dann gibt es auf jeden Fall noch die sieben Augen in Peak gegen Aslusche mit dem König. Es gibt natürlich so viele Varianten. Es gibt so viele Varianten. Es musste ja auch nicht Karo 10 gedrückt sein. Also wenn er jetzt eine blanke Karo Lusche hat und Partner hat, zieht nach dem Bauern noch Karo 10 14 Augen vor und der Alleinspieler gewinnt dann, weil du Peak 10 geschmiert hast, weil der in As-Dame Lusche steht, ist es natürlich auch Asche. Ich denke einfach, jetzt aufgrund dieser beiden Kreuz Luschen, dass man da nicht mal den hätte irgendwie beschweren können, dass da kein großer Stich drin war, hätte ich es glaube ich so eingeschätzt, dass man an der Stelle die Peak 10 auch gut legen kann. Dann waren hier vielleicht 40 Punkte drin. So, Serie geht vorbei. Noch ein fetter Krang für Spieler 1. Ich mache hier mal kurz Pause. Sind alle noch gut rausgekommen? Spieler 1 sogar gewinnt hier die Liste noch mit 8 zu 1. Martin 7 zu 0. Hinten raus nichts mehr gekommen. 680 Punkte. Wie gesagt, ist immer noch gut auf Kurs. Hat über 1.600 Punkte liegen mit dem, was er vorgelegt hat. Das ist nach 2 mal 24 völlig in Ordnung. Wenn es immer so weiter geht, schwimmt er Richtung Kurstreppchen. Aber natürlich hat er sich sicher auch ein bisschen mehr erwünscht, denn je eher du den Vorsprung ausbaust, desto schöner ist es und das ist ja nicht gesagt, dass es hinten raus immer so weiter geht. Hier waren schon so ein paar kleine Dinge bei unter anderem diese eine Spiel 10, diese Peak-Entscheidung, danach den Kreuz mit 5, mit Karo König oben, wo ich denke, das kann man eben im Kleinen auch noch ein bisschen anders machen und bewerten. Jetzt gehen wir hier auf Pause. Aber das ist natürlich auch gerade das Interessante beim Skat. Da gibt es immer sehr viele Möglichkeiten. Du bist ja quasi, also du musst Entscheidungen treffen ohne Ende und viele liegen natürlich auch verdammt dicht beieinander von den Wahrscheinlichkeiten und da ist ja gerade das, frag mal drei Leute, du kriegst fast vier Antworten, immer was gedrückt, was gespielt, was gereizt, auch auf dem Top-Level so gesehen, das finde ich gerade hier interessant mal jemand anders in die Karte zu schauen und natürlich auch gesagt, ich sitze jetzt hier ganz entspannt, habe null Druck und kann mir das angucken, in der Kommentatorenrolle immer leichter einen schlafen Spruch rauszuhauen, als wenn du es dann wirklich noch im Livestream bringst. Also Martin, insgesamt dennoch eine sehr ansprechende Leistung, würde ich sagen, schönes Ergebnis, wünsche gut bleibt für die nächsten Serien und werde die Tage da weiter luschern. Also macht's gut, euch danke fürs Zuschauen und wie immer gut bleibt. Und dann an ein